Norddeutscher Rundfunk Haben Sie ein bisschen Angst gehabt um Ihr Fahrzeug? Äh... Ja, wir können weiterhin viel Spaß auf dem Auto weglegen Und obwohl dieses Fahrzeug mittlerweile so selten ist, ist es mittlerweile eigentlich nur noch in Sammlung und Stürmacht von der USA und nicht mehr getan wird Das Mercedes-Benz B123 280E Kaum hat man es gesehen, ist dieses Auto schon zum Klassiker gereift Besonders natürlich in dieser Ausführung, in der herrschaftlichen Ausführung mit Dreckenzylinder 2,8 Liter Hochform Doppellocken, wenn man nicht mehr schmeißt Und ja, weiter zu viel Fürscht Da haben wir hier ein Zeichen dabei Doppelocken Grundstoff-Karotterie, auch Achtmotor, gibt es eine schönere Art zu reisen? Aber kein Spitzel, oder? Ja, kein Spitzel. Und zwar, die Bekleider. Lach, 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 Lach. Hatten Sie Hilfe gebraucht beim Roadbook, oder warum haben Sie einen tierischen Begleiter dabei? Guten Dank, das sind ja Jagdtonne, die finden immer die richtige Fährte, oder? Ich weiß, dass Sie manchmal auch ein bisschen Kommunikationsprobleme hatten. Sieht das toll aus. In einem Wohnzimmer die Landschaft genießen. Gab es eigentlich irgendein Problem heute? Sie haben volles Vertrauen auch an Ihre Fahrerin, oder gab es Diskussionsprobleme? Ich habe immer volles Vertrauen zu meiner Frau. Oh, ein hoffenes Lebensbekenntnis. Wunderbar. Wie war es weiterhin? Wir machen mal eine neue Reihe auf hier. Wir dürfen nochmal. Oh, das ist gut. Heilig. Ja, das ist gut. Ja, das ist gut. Das ist gut. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020